Einen wunderschönen Montagmittag, meine lieben Nintendo Switch-Freunde, zu einer neuen Ausgabe der Nintendo News. Und wie ihr es vielleicht an meiner Stimme ein bisschen erkennen könnt, mich hat gestern Abend die allseits bekannte tödliche Männergrippe erreicht, zumindest den Anflug davon. Und deswegen gibt es heute keinen Kaffee, sondern einen Tee und nicht bestätigte Informationen über Nintendo Switch 2 über ein cooles Feature, worüber wir diskutieren können. Und ja, Nintendo macht einen auf Detektiv, wirklich kann man fast verfilmen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal einen Schluck aus der Teetasse und starte wie jeden Montag mit der ersten News. Ihr könnt euch ja sicherlich noch an den Emulator Ryanjinx erinnern, wo Nintendo erwirkt hatte, dass dieser jetzt nicht mehr online ist. Und seit letzter Woche, oder vor zwei Wochen glaube ich sogar, ist jetzt Nintendo Besitzer der Domain Ryanjinx.org. Im Internet kursieren witzigerweise irgendwie immer einige Informationen, dass Nintendo das gekauft hat, aber damals war ja so irgendwie so der Ablauf eher, dass Nintendo Ryanjinx da erstmal angeschrieben hatte und irgendein Angebot gemacht hat und Ryanjinx daraufhin alle Entwicklungen und alles eingestellt hatte. Und ich glaube, im Zuge dieses Deals ging es auch dann darum, dass die Domain irgendwann auf Nintendo umgeschrieben worden ist und laut who is, ist jetzt eben Nintendo of America der Domain-Besitzer. Ich muss grundsätzlich sagen, ich bin ja kein Verfechter oder ich, 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 ich finde ja Emulatoren relativ gut, ja, insbesondere bei Nintendo Switch haben wir ja sonst keine andere Möglichkeit von Mods und, und, und. Auf der anderen Seite, ja, haben die jetzt halt die Domain, um vielleicht zu verhindern, dass die ja mit jemand anders erwirbt und darunter einen neuen Emulator bereitstellt. Allerdings sind die ganzen Emulatoren ja auch mal Open Source oder viele Open Source gewesen und mittlerweile gibt es ja genug andere GitHub-Repositories, wo man die in Ryanjinx, die letzte Version, noch runterladen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendein, ja, ein Verfechter, ja, des Urheberrechts oder des Nicht-Urheberrechts oder der Emulatoren, sagen wir es ja so, irgendwann wieder auf die Bühne kommt und wir den nächsten Emulator präsentiert bekommen. So lange bleibt die Domain aber im Besitz von Nintendo. Mario & Luigi's Brothership ist ja jetzt schon ein bisschen länger draußen und ich habe es immer noch nicht gespielt, muss ich tatsächlich sagen. Kommt aber auch daher, dass ich montan eigentlich so gut wie gar nicht zocke. Immer wieder wird natürlich auch bestätigt, dass Nintendo schon etliche Spiele in der Pipeline hat und die dann einfach irgendwie schauen, wann sie released werden. Und jetzt ist etwas Interessantes bekannt geworden, nämlich Mario & Luigi's Brothership wurde, also die USK-Einstufung von dieser Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle oder sowas, diese deutsche, wurde schon vor knapp einem Jahr, hat die Stadt gefunden, also ziemlich genau vor 301 Tagen. Und wenn man sich mal so den anderen Verlauf anguckt, wie zum Beispiel von Zelda, Echoes of Wisdom oder Super Mario Party Jamboree oder keine Ahnung, dann sieht man, dass das immer rund bei 100 Tagen, also ein bisschen mehr als drei Monate liegt. Und hier könnte man natürlich vermuten, dass Brothership schon lange, lange, lange fertig war und man einfach auf einen gewissen Release-Datum gewartet hat oder einfach gesagt hat, ja, wir haben ja hier was und dann schauen wir mal, wann es irgendwie reinpasst. Ich denke auch, dass Nintendo noch andere Spiele fertig hat, meiner Meinung nach. Heißt das jetzt wirklich, dass so ist? Muss jetzt nicht, weil grundsätzlich ist es auch möglich, ein unfertiges Spiel abzugeben und dann eben später, wenn es so ließ wird, das nochmal anpassen zu lassen über die Altersfreigabe. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass im Prinzip ein fertiges Spiel da sein muss, um eben diese Alterseinstufung zu bekommen und von daher kann man schon davon ausgehen, dass zumindest Brothership schon sehr, sehr lange fertig war und wir es eben halt jetzt erst vor wenigen Wochen präsentiert bekommen haben. Von daher können wir mal gespannt sein, was Nintendo noch bis zur Switch 2 Release dann für uns parat hat. Ich bin mir ziemlich sicher, da werden wir noch einiges sehen, was uns auch am Ende des Tages überraschen wird. Der Online-Erweiterungspass, der ist ja jetzt schon länger raus und mit N64, Game Boy Advance, Game Boy Color und SNES, NES und wie sie alle heißen, da haben wir jetzt etliche Emulatoren und ich wiederhole es ja immer wieder. Ich finde mittlerweile den Nintendo Online Service sehr, sehr gut und Nintendo hat ja auch bestätigt, dass der Nintendo Online Service auf dem Nachfolger fortgeführt wird. Und natürlich sind in der letzten Zeit immer wieder viele neue Spiele rausgekommen und so und Nintendo hat jetzt mal für Pokémon einen neuen Trailer rausgebracht, in dem die Pokémon-Spiele von N64 und Game Boy Color und Game Boy Advance so vorgestellt werden. Und mir ist dabei nur irgendwie aufgefallen, habe ich gesagt, das sind schon ziemlich wenig Games, die jetzt da für Pokémon draußen sind, zumindest für den Erweiterungspass. Bei N64 haben wir fast die ganze Bibliothek, glaube ich, mit Stadium, Stadium 2, Pokémon Snap und da fehlt, glaube ich, nur so ein Puzzle-Game und noch irgendwas, nicht irgendwie so ein Pikachu-Spiel, glaube ich. Aber für den Game Advanced haben wir eigentlich nur Pokémon Mystery Dungeon rotes Rettungsteam und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja kein großer Pokémon-Fan bin, aber gerade so von den Game Boy A, die Rubin und Feuerrot oder das Marked Edition oder sowas, könnten wir noch auf einiges hoffen, was Nintendo da noch in Zukunft releasen wird. Ansonsten könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr grundsätzlich den Erweiterungspass findet. Der Producer der The Legend of Zelda-Reihe, Eiji Anonuma, den Namen spreche ich wahrscheinlich tausendmal falsch aus, naja, hatte auf jeden Fall ein Interview gehabt mit dem japanischen Magazin Famitsu und da ging es unter anderem auch darüber, dass man eigentlich vorhatte, dass im neuen Teil The Legend of Zelda, Ackers of Wisdom, wo ich mir mal sagen muss, ich fand das einen sehr, sehr geilen Teil, dass ich mir dann eigentlich dazu entschieden hatte, dass Link sprechen wird, aber man sich dann doch relativ schnell wieder dagegen entschieden hatte, weil irgendwie sich das alles falsch angefühlt hat. Ich finde aber dennoch interessant, weil ich glaube, ich habe schon hundertmal, also nicht hundertmal, aber schon häufiger mal erwähnt, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass man Link sprechen lassen sollte, weil einige Dialoge einfach sonst manchmal keinen Sinn machen für mich. Ja, wenn dann irgendwie Zelda spricht und Link steht dann da und macht, also finde ich persönlich nicht ganz so gut. Ja, ich weiß, es gibt auch einige und dazu gehört wahrscheinlich Nintendo und sicherlich auch einige von euch, die die The Legend of Zelda Reihe feiern, die sagen, hey, Link spricht seit über 40 Jahren nicht, warum soll er jetzt anfangen? Aber ich denke, irgendwann muss man halt einfach von diesem Gedanken mal wegkommen und ich glaube auch, dass ich vielleicht in einem nächsten Teil, in dem nächsten Open World Teil, wie auch immer, wir dann irgendwann mal Link sprechen hören. und aber das ist eine super interessante Geschichte eigentlich. Deswegen würde mich gerne mal eure Meinung dazu interessieren, ob ihr eher pro dem seid, das Link sprechen sollte oder dass ihr ja der Meinung seid, naja, das hat 40 Jahre gut funktioniert, das wird die nächsten 40 Jahre auch gut funktionieren. Ich bin immer der Meinung, irgendwann muss man sich mal, muss man sich auch mal ändern. Und wie gesagt, gerade so bei Breath of the Wild und das kann man in 2D teilen, vielleicht noch sagen, ja gut, okay, da ist es nicht ganz so gravierend, da stimme ich auch zu. Aber gerade jetzt in den großen Open World, also Breath of the Wild, Tears of the Kingdom oder sonstiges, fühlt sich das in vielen Cutscenes einfach komplett falsch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wäre ich doch ein großer Freund davon, wenn man zumindest in den großen Open World Games Link sprechen lassen würde. Und von mir aus soll er halt stumm bleiben in den 2D-Teilen. Wie jedes Jahr geht Nintendo auf die Weihnachtstour und kommt in einigen Städten vorbei. Und ich sage euch mal hier die Termine und dann so grundsätzlich meine Gedanken zu dieser Weihnachtstour was. Wir haben in München im Pep-Einkaufszentrum vom 22. bis 23. November von 9.30 Uhr bis 20 Uhr. Dann sind sie in Berlin im Alexa 29. bis 30. November von 10. bis 20 Uhr. Dann im Zentro in Oberhausen vom 6. bis 8. Dezember von 10. bis 22. Uhr Anfang am Sonntag. Da scheint, dass das der 8. Dezember wohl ein Sonntag ist. Von 13. bis 18. Uhr. Dann noch in Hamburg im Bildstedt-Center am 13. bis 14. Dezember von 10. bis 20. Uhr. Und in Stuttgart im Milaneo. Keine Ahnung was das ist. War ich noch nie. Am 20. bis 21. Dezember von 10. bis 20. Uhr. Und am Samstag von 9.30 Uhr bis 20. Uhr. Ich war da schon mal und ich glaube, ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Irgendwann war ich mal, glaube ich, in Köln oder so. Oder war das auch im Zentrum? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo ich war. Also ich würde jetzt deswegen nicht unbedingt da hinfahren. Also wenn ihr da seid oder eh in der Stadt wohnt, schaut da gerne mal vorbei. Nach Informationen von Nintendo können wir da Super Mario, Jamboree, The Legend of Zelda, Echoes of Vista, Princess Peach, Showtime spielen. Und ihr könnt auch den MyNintendo Check-In verwenden. Da bekommt ihr so eine Tasche und auch 100 Platin-Punkte geschenkt. Also wenn ihr da seid, geht vorbei. Solltet ihr extra dafür hinfahren? Nein, auf gar keinen Fall. Meiner Meinung nach. Aber wenn ihr da seid, bitte nehmt dran teil. Dann kommen wir zu einem unbestätigten Feature der Nintendo Switch 2, wo ich aber dennoch gerne mit euch drüber sprechen würde, weil ich es gar nicht für so unrealistisch halte. Also wir wissen immer noch nicht viel von der Switch 2, außer Abwärtskompatibilität. Und Nintendo Switch Online wird darüber laufen. Und anderen Leaks, Informationen und sonstigen, glaube ich auch. Natürlich werden wir um einiges mehr Leistung haben. Sei es jetzt mit DLSS oder was auch immer. Lass uns da mal abwarten. Und natürlich ist dann immer spannend die Frage über die Akkuleistung im Handheld. Ich weiß nicht, wer damals die erste Version hatte, die Rev 1 aus 2017. Die hatte natürlich schon so das eine oder andere Problem mit dem Akku, beziehungsweise lief der Akku im Handheld einfach nicht lang genug, bis dann Rev 2 kam. Also die Version 2 und dann im Prinzip auch die Akkuleistung hat besser aussehen lassen auf dem Gerät. Und es gibt da so eine bekannte Leaker oder Leakerin, ich glaube Leaker, Nash Wiedl. Und erst mal zu der Person generell, der hatte schon, also was man sagen kann, wir hatten ja schon in der Vergangenheit, lag häufig auch mal daneben, aber insbesondere so hat der schon zu Entwicklern wohl eine gute Information oder hat auf jeden Fall Kontakte. Das kann man nicht abstreiten, denn da gab es in der Vergangenheit auch einige Informationen, die sich als wahr herausgestellt hat, insbesondere wenn es um Entwickler an sich ging. Und er hatte ein Posting auf X veröffentlicht, wo es darum geht, dass Nintendo daran arbeitet oder eine Funktion oder ein Feature etabliert, wo man im Prinzip die Leistung oder die Akkulaufzeit verlängern kann, indem man eben halt die Möglichkeit hat, nur im Handheld-Modus eben den, ich sag mal, ja die Performance-Switch einzustellen, ne? Also mehr Performance oder eben halt mehr Akkulaufzeit. Das soll man wohl im Hauptmenü einstellen können und so, das soll halt auch diese Vielfalt der Publisher nehmen. Ihr kennt das ja vielleicht von der Playstation 5 oder so, da geht ihr eine Grafikeinstellung, da könnt ihr 8 Millionen Sachen Anti-Aliasing, keine Ahnung, Quality, Texture-Quality, keine Ahnung, könnt ihr alles einstellen und ich denke, Nintendo will eine einfache Möglichkeit schaffen, eben zu sagen, okay, ich hab den Performance-Mode oder ich hab die Akkuleistung, weil am Ende des Tages bleibt die Konsole an sich immer noch eine Familienkonsole und da so massive Grafikeinstellung vornehmen zu müssen. Fände ich auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich tatsächlich sagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, einfach zu sagen, okay, ich nehm den Performance-Mode oder ich nehm den Mode eben, um eben bessere Akkulaufzeit zu haben und nicht irgendwie die Grafikoption 8 Millionen Sachen noch einstellen zu müssen. Da könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie die ihr das seht. Ich fände es tatsächlich, also klar, man hat da mehr Freiheiten, wenn man vielleicht mehr Grafikoptionen im Spiel selber einspielen kann. Ich bin aber noch nie ein großer Fan von gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sind manchmal, mit den vielen Begrifflichkeiten kann der eine oder andere auch gar nichts anfangen und manchmal verstellt man was und man weiß überhaupt nicht, was man wirklich verstellt hat. Deswegen so ein einfacher Schalter, Akkulaufzeit oder eben Performance fände ich persönlich ganz gut. Wie gesagt, ist eh kein bestätigtes Feature von Nintendo, würde aber meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn machen, um eben die Akkulaufleistung dann eben zu erhöhen im Handheld-Modus. Dazu wäre gerne eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt Achtung, Storytime, das muss ich euch einfach sagen, das ist wirklich, das könnte man fast schon für einen Blockbuster-Film nehmen, also zumindest die Recherche, ja, alles an sich anderes wird schwierig wahrscheinlich in einem Film zu verpacken. Dass Nintendo ja bekannterweise sehr hart gegen jede Art des Urheber-Missbrauchs vorgeht, wissen wir, sei es die Emulatoren, sei es irgendwelche Musik und sonstiges und Strikes, das zieht sich ja seit Jahren so. Aber es hatte, Nintendo hatte eine Kanzlei namens Mitchell, Silberberg und Knubb damit beauftragt, sogenannte Online-Shops für Raubkopierer-Switch-Games zu untersuchen, also da, wo Raubkopien online verkauft werden, die sollten sie untersuchen. Und diese Kanzlei stieß dabei wohl auf einen Alias namens Arcbox. Und nach mehreren Recherchen hat dann die Kanzlei herausgefunden, dass der Arcbox-User, der da die Games wohl vertickt, auch unter dem gleichen Namen auf Reddit bekannt war. Also fingen sie an, die ganzen Postings auf Reddit, mutmaßlich zumindest, zu lesen, stießen da wohl auf einen Post, aus 2015, das muss man sich nicht mehr vorstellen, man müsste mal gucken, wie viele Postings der eigentlich gepostet hat, aus 2015, wo es einen Hinweis dazu gab, dass er wohl in der Nähe von Phoenix im US-Staat Arizona lebte und dabei wohl die Midwestern University besuchte, weil er wohl gesagt hat, dass die Midwestern University irgendwas Gutes da hatte, keine Ahnung. Dann konnte Nintendo wohl auch die E-Mail-Adresse herausfinden, da ist nicht ganz genau bekannt, wie das passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Reddit das rausgegeben hat, also den Benutzer-Account und dann eben die Daten. Oder aber, man muss sich jetzt nicht vormachen, es gibt genug Online-Recherchemöglichkeiten, sogenannte OSINT-Tools, also Open Source Intelligent Tools, wo man eben halt auch immer Benutzernamen hat und, und, und gewisse Dinge herausfinden kann. Denkt immer daran, das Internet vergisst überhaupt nichts. Naja, auf jeden Fall hatten sie dann auch die E-Mail-Adresse und konnten über diese E-Mail-Adresse einen gewissen James Williams zuordnen, der wohl zwei Nintendo Online, äh, zwei Nintendo Konten hatte. Und jetzt wird es noch besser, dieser James Williams hatte dann eben halt auch einen offiziellen Reparaturauftrag mit beiden Nintendo Accounts eingereicht bei Nintendo und somit hatte Nintendo auch noch dann die vollständige Adresse und somit ist dann der gute James Williams eben, hat dann Post bekommen von Nintendo und, äh, ja, es zeigt mal wieder, wie viel Aufwand Nintendo am Ende des Tages dann doch betreibt. Ja, erst einmal ging es generell nur um diese sogenannten Shops, äh, also Raubkopierer-Shops und haben dann, also die Recherche, also ihr könnt mir vor, ihr könnt glauben, dass diese Anwaltskanzlei einige hunderte Dollar pro Stunde in Rechnung stellt, ganz sicher sogar, was Nintendo da für einen Aufwand betreibt, ist verrückt, ja, also, solltet ihr böse Jungs sein, überlegt euch gut, ob ihr eure Switch-Konsole zum Beispiel auch online nehmt oder nicht, ja, aber ich finde die Story einfach sehr, sehr gut, äh, also, das könnt ihr mal gerne eure Meinung zu sagen. Ich bin heute raus, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ich nehme mal einen Flug aus der Teetasse.